Weil er erheblich alkoholisiert war, verlor der 23-jährige Pkw-Fahrer am Samstagnachmittag am Autobahnzubringer Lüdenscheid Nord die Kontrolle über seinen Pkw und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Gegen 15.21 Uhr war es auf der L692 zu der Kollision gekommen, nachdem der Fahrer aus Engelskirchen die Autobahn verlassen hatte und in Richtung Hülscheider Baum gefahren war. Plötzlich geriet er in den Gegenverkehr und prallte mit dem Pkw eines 33-jährigen Lüdenscheiders zusammen, auf dessen Beifahrersitz eine 22-Jährige saß. Beide Pkw-Insassen mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der verursachende Fahrer konnte das Krankenhaus nach der von der Polizei veranlassten Blutprobe wieder verlassen.